Ja, haben wir hier jetzt das Auspullen. Genau, das ist jetzt passiert und jetzt beginnt das Spiel von Sean McKinn. Ja, das ist ordentlich gestartet hier. Auch Martin, der 76, durchaus gut in die Partie gekommen. Vor allem die Anfangs-Nervosität ist immer wichtig abzulegen, gerade das erste Spiel am ersten Tag sowieso schwerer und ja, dann vielleicht noch ein Bühnenspiel. Ja, absolut, also starke Aufnahme von Martin mit 140. Ja, der letzte Dart rutscht in die 12 ab, stellt sich aber nach 9 Darts bereits auf 153. Das ist richtig gut. Das ist richtig stark. Auch Sean kommt jetzt in den Finish-Bereich. Triple 20 Pass, Triple 19, verpasst er, 74 Rest. Triple 14. Single 14 geworfen, 60 Punkte bleiben. Ja, 60 Rest auf 12. Ah, verpasst den zweiten Dart. Auch er stellt sich 60, weißt. 20 Tops jetzt. Martin verpasst einmal, jetzt die Chance für Sean und fürs 1 zu 0. Und das 1 zu 0 für Sean McKean, starke Darts, 88 Average nach dem ersten Leg. Das ist mal ein gepflegter 17-Darter gewesen. Das kann sich schon mal sehen lassen. Vielleicht noch einmal kurz, dass das alle wissen, wir spielen Best of 5 in den Gruppenspielen, sobald ich weiß. Also wer zuerst drei Legs gewonnen hat. Genau. Also völlig korrekt. Das ist auch bei den Mädchen so übrigens. Die spielen jetzt am Formel-Act zuerst bzw. heute bei den Mädchen den Doppelbewerb und morgen dann Einzel. Bei den Burschen ist beides heute und morgen dann der Teambewerb. Also wirklich, da werden wir heute einiges und Darts sehen. Und morgen und übermorgen. Also ganz viel haben wir da jetzt und ja, also das ist bislang ein flottes Match. Ja, beide eigentlich gut in die Partie gestartet. Ja, Martin Wannek jetzt natürlich dann. Es ist glaube ich nicht einfach, wenn du hier bei dieser kurzen Distanz mit einem Break hinterherlaufen musst. Also der wird schon schauen wollen, dass er hier das Service hält. Ja und das fördert natürlich auch die Nervosität, wenn man schnell 1.0 hinten liegt. Aber er kriegt jetzt, ich würde mal sagen, mindestens 6 Darts für 216, wenn nicht sogar 9. Wenn er jetzt nicht... Ah, jetzt nur 24 Punkte von Martin. Verkorkste Aufnahme. Und das könnte jetzt bedeuten, wenn McKean hier die 244 in 6 Darts wegkriegen würde. Das tut er nicht. Also jetzt wieder die Initiative für Martin Wannek. Das war jetzt. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Also das kann sich sehen lassen, was hier passiert. Einmal 17, einmal 23 Darts. 2-0. Also Marcel, was geht jetzt dem Martin Wernig durch den Kopf? Ja, er weiß jetzt, er darf keinen Leg mehr verlieren, sonst geht die Partie verloren. Aber er wird natürlich weiterhin sein Bestes versuchen. Er wird sich vielleicht ärgern, dass er gerade im ersten Leg da zwei Checkdots liegen hat lassen. Hat er eben bei 80 nicht auch einen gekriegt? Nein. Das ist jetzt auch ärgerlich, wenn du da nicht stellen kannst. Also er hätte beide Legs gewinnen können, so muss man es ja auch sagen. Die Möglichkeit wäre auf alle Fälle da gewesen, ja. Jetzt ist er aber hier gut gestartet mit 81. 87 drauf. Ja, also es würde ihm, glaube ich, mal gut tun, wenn er mal ein Leg von vorne spielen könnte, ohne den großen Druck zu haben. Ja, wenn er sich da wirklich einen Vorsprung herausarbeitet, das wäre für ihn natürlich wichtig. Und jetzt versucht er das natürlich auch, hat einen leichten Vorteil, nachdem auch Sean das Leg begonnen hat. Ja, der muss jetzt, sollte mal ein Triple treffen in diesem Fall. Stark, 134 Punkte von Sean McKean ist er sofort wieder vor Martin. Und zeigt, hey, du kannst nicht wegziehen. Und der macht den Fehler. Ja. Und jetzt sieht es doch sehr nach einem glatten 3-0 aus. Auch wenn das Ergebnis, finde ich, dann ein bisschen zu hoch wäre. Ja, schöne 100. Und das nach 15 Darts, das ist auf diesem Niveau echt auch stark. Ja, auf alle Fälle. Also das kann sich echt sehen lassen. Ja, und er kriegt 6 Darts. Er kriegt mindestens 6 Darts. 120. 60. Doppel 20. Doppel 20 zum Match. Knapp verpasst. Also schade, dass wir das erste ganz, ganz große Highlight hier gewesen. Und jetzt bedenkt sich vielleicht Martin Waneck. Ich gebe dir ein bisschen Druck mit. Hoffentlich. Der letzte Darts noch, die Triple 19 getroffen. Ja, da ist, er hat auf dem Finish. Jetzt gibt es aber drei Matchdarts. Er nimmt sich Zeit, das erste Mal. Und das ist der erste Darts. So mit das 3-0 für Sean McKinn, muss man sagen, war wirklich eine schöne Partie. Definitiv. Von beiden, muss man sagen. Für Martin wäre er durchaus da mehr drinnen gewesen. Vor allem, wenn er das erste Leck gleich geholt hätte, wäre er hätte das vielleicht einen ganz anderen Lauf genommen. Aber somit 3-0 für Sean McKinn. Und ein 76er Average, also das war durchaus ein schöner Aufgalopp. Und da haben wir ein paar. Vielen Dank.